. . . . . . . . Hey, ich will keinen Jäger. Genau. Hau her! Du weißt schon, was mit deinem Zuhälter passiert ist. Der war nicht mal Zuhälter. Ich möchte gerne wissen, mit wem er zusammengearbeitet hat. Meinen Sie, das hat er mir erzählt? Dann solltest du dich besser ranmachen. Was hab ich denn damit zu tun? Ich weiß, wenn mich jemand anlügt. Ich seh das. Und du lügst mich an. Ich weiß nichts von seinen Geschäften. Dann denk nach! Mit wem hat er zu tun? Mit wem hat er sich regelmäßig getroffen? Ich weiß es nicht. Du hast bis morgen Zeit. Bring mir irgendwas und ich lass dich in Ruhe. Ansonsten hast du mich am Hals. Und versuch nicht abzuhören. AUICH Aus dem